Wow, das ist kein Bullen, das sind Bullen! Die stehen da einfach so! Streife! So, acht Stück hatte ich, acht Stück hatte ich und ich habe... Okay, 16? Äh, ich rate, jetzt habe ich 12. Ja, ich bin mit Kev, Hände hoch! Hände hoch! Niemals! Hände hoch! Scheiße! Falsche Richtung! Na, wie langsam du dich drehst! Nein, Kev, ich komme in Frieden, alles klar? Wir kommen in Frieden und... Ich komme in... Äh, warte, ich komme in... In... Frieden! Hey, hör auf, ich komme in Frieden! In Frieden! Und fall runter! Nein, aua, aua, du hast mich fast getötet! Alter! Was? Jawoll! Jetzt muss ich da nochmal hochfliegen! Willkommen musst du gar nicht, wir starten einfach hier! Willkommen bei einer weiteren Runde GTA Online Action! Wir haben heute wieder eine schöne Challenge vorbereitet, für die wir wieder Zeit haben, auch ein Zuschauervorschlag! Und zwar lautet die Challenge, Mensch, wer schafft es innerhalb von 10 oder 15 Minuten, das ist uns eigentlich frei, die meisten Cops aus einem Auto heraus zu töten! Das heißt, wir müssen uns nicht nur das Auto klauen, während wir im Auto sitzen, machen das Polizei uns verfolgt, und dann auch noch Polizei töten! Ach so! Und es ist egal, ob man stirbt? Das heißt, wir holen jetzt einfach ein Auto, und jeder Polizisten zählt nur, wenn wir sie aus dem Auto raustöten! Ja, ich war gerade beschäftigt! Genau, und es ist egal, ob du stirbst, es wird dann einfach weitergezählt! Willa, ich komme zu dir, siehst du mich? Nein, ich will da gar nicht hinkucken, ey! Ach, du musst! Wo bist du? Ich sehe nur ein Vogel! Oh! Hä? Oh! Ja, ich habe dich ganz kurz gesehen! Ich bin übrigens nebenbei, nebenbei, bin ich noch am Frühstück, am Frühstück, am Abendessen, have'n tun! Ich habe heute noch nichts gegessen! Doch, gar nicht! Ich habe kurz bei Mediagraph was gegessen! Und dann habe ich da bei Mediagraph mit den Cinemates ganz viel gedreht! Ah, und mit Izzy! Und vor allem mit den Cinemates! Und da kommen noch lustige Videos, aber es dauert noch ein bisschen raus, komm mal, die werden nicht lustig und cool! Ha, ha, ha! Den haben wir noch stehen! Ah, die Polizei! Und einer von den Cinemates sieht so aus wie ich! Das ist ganz lustig! Aber jetzt nicht mehr so sehr, aber auf alten Fotos noch viel mehr! Ah, aber das kommt später! Aber jetzt bin ich zu spät beim Kev! Ja, wie das? Und muss jetzt hier Abendessen mal wieder bei der GTA-Aufnahme! Ist auch schon fast hier GTA-Aufnahme! Muss ich einfach, weil wir den mal abends haben! Dann komme ich zu spät und muss abends essen dann während der Aufnahme! Ich hoffe, es stört euch nicht, ja? Das ist nicht schlimm! Ich würde sagen, die Challenge startet, stellst du den Timer auf 10 Minuten, ne? Alles klar! Der Timer steht auf... Ah, ah, ah! 10 Minuten! Der Timer steht auf 10 Minuten! What the fuck? Vor mir ist ne Bullerei! Los geht's, Kev! Es geht los! Timer ist gestartet! Polizei! Ja! Getötet! Darf ich noch rüberfahren? Ne, ich habe ihn totgeschossen davor! Okay! 1-0 für dich, Kev! Jederzeit seine Punkte! Ja, jederzeit seine Punkte! Was zum Henker? Das kam mir jetzt nicht schlecht! Du hast meine Karte geklautig auf Kopfgeld! Oh, oh! Oh, oh! Kommt raus, ihr Kops, ey! Ich tötere euch! Jawohl! Zwei ein Tod! Drei Stück! Scheiße! So, zwei Tod! Zwei Tod, zwei Stück habe ich schon! Ei, 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 ei! Drei Sterne war direkt schon! Kleiner drin? Fünf! Kops! What the fuck? Das geht ja wie... Ich schmier bloß! Fünf Stück schon! Wow! Komm, mit dem Maschinengewehr! Hilfe! Ja, drei und vier! Ha! Wieso bin ich tot? Oh, fünf! Ne, sechs da? Aber wenn man tot ist, verliert man nicht seine Punkte, ne? Die bleiben schon! Ne, du musst... Das kostet halt nur Zeit wieder, ne? Ja, ja, das ist natürlich doof! Ja, die... Die Zeit, die man hätte, in der man Leute töten könnte, da musste man... Verdammt, Alter! Wie machst du das? Shit! Junge, ich verstehe es auch nicht! Ich habe hier gar nicht... Ich kann nur mit Maschinengewehr aus dem Auto schießen! Alter! Ja, ich werde da weg! Neun! So, tschüss, der ist auch weg! Das ist jetzt mein fünfter! What the fuck! Alter! Und das ist der sechste! Komm schon, ey! Ey, er schießt! Der sechste! Der sechste! Scheiße! Der sechste! Der sechste! Der sechste! Der sechste! Der sechste! So! Der zählt jetzt nicht, weil der war halt schon davor gezählt! Hey, du! Fuck! Wow! Mann! Ich habe schon gar keine Felgen mehr! 13, wo ist der nächste? Ich sehe kein nächster! 13 ist die Pechzeit an, stirbst du, Kev! 14, ah ne, 14 waren das... Darf man nur mit Maschinengewehr schießen, oder darf man alle Waffen benutzen? Also, aus dem Auto raus alles, was du benutzen kannst! Oh nein, tot! Und es waren 15! Okay, ich habe immer noch 8! Ich habe niemals gedacht, dass das so leicht ist! Niemals! Das Problem, man darf halt nicht stehen bleiben, weil dann schießen die einen viel zu schnell! Ja, ich bin auch immer einfach nur... Achso, du bist mit dem Auto stehen geblieben? Jaja, also nicht so stehen geblieben, aber so lassen wir... Aber reicht ja schon, dass es irgendwie leicht ist und so... Meine Taktik war, sie einfach hinter mir auf gleicher Ebene zu halten. Und dadurch war es halt so, dass die genau auf gleicher Höhe war. Ich musste nur nach hinten gucken. Naja. Irgendwie schlecht, ey! Liege auf mich schießen, Kev, ja? Hallo, ich baller hier schon wild rum. Ich bin ein... Es kommen einfach keine Leute hier, ey! Ich bin ein Irrer! Da ist eigentlich ein Stern, aber Polizei kommt keine einfach. Da ist auch ein Stern. Da vorne ist Polizei. Wo? Noch sehe ich keine Polizei, obwohl ich einen Stern habe. In die falsche Richtung! Was? Da ganz hinten ist sie? Ne. Mein A, da hinten ist die Polizei. Oh, die ist da falsch gewendet. So. Okay, zwei Polizeiwohnen. Sehr schön. Na, Taki! So. Da sind zwei Bullenautos. Wieso sehen die mich nicht? Mhm. Oh, das ist kein Bullen, das ist ein Bullen. Die stehen da einfach so. Mhm. Streife. So, acht Stück hatte ich, acht Stück hatte ich. Und ich habe... Okay, 16. Äh, ich hatte... Jetzt habe ich 12. 12 habe ich. Ah, der ist noch nicht tot! Mist, jetzt noch 16. Wir haben einen Streik. Es sind noch 16, Mist. Ähm, ja. Ich habe 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Und wir haben noch 6 Minuten. So, was heißt denn? Geh raus da, Spasti, Alter. Oh. Jetzt bräuchte man mal sowas, dass das Auto irgendjemand möchte oder so. Scheiße, was ist die Polizei da hinten? Oh. Hey, ha! Hey, Polizei, Polizei, where are you? I want to kill you. Und da ist dann noch ein Geldtransporter. 18? Ja, immer noch 12. Scheiße. 19? Warte. 20? Äh, okay, warte. 21? What the fuck? Hey. Ah, jetzt. Loll! Wenn ich mit Maschinengewehr das Auto zum Explodieren bringe, zählt das dann? Ja, ja. Dann habe ich 22. What the fuck? So. Hier haben wir noch scheiß 12. Aber da hinten sind noch welche, ey. 24? Ist doch Polizei irgendwo. Aber da hinten ist Polizei. Uh, dolle Geldtransporter. Deswegen ist hier so viel Polizei. Hey. 25? Ah, der Polizei! Scheiße, ey, warum? Der Beamte blockt mein Auto. Ey, muss, geht raus! Hä? Muss! Geht raus! Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber jetzt habe ich gezündet. What the fuck? Der hat 13, glaube ich, leider erst. Verdammter Mist. Verdammter Mist! Alter, Belly. Das ist meine Challenge, ist es. 13. Und das ist noch viereinhalb Minuten. Oh, scheiße. Ey, Spaß wieder auf! Und? Yes! Das waren auch. War das zwei oder wer war das hier? Ich glaube, das waren auch zwei. Oh, Alter, Belly. 14. Da sind auf jeden Fall zwei drin. Und? Oh! Da waren auch nochmal zwei drin. Die sind alle gestorben. Das heißt, es sind plus vier. Oh, scheiße. Plus vier. Die hatte 13, die sind 17. Lena, gerade wo du es sagst. Simoleon will mein Fahrzeug. Das ist doch perfekt. Da gibt es auch Sterne. Und? Oh, scheiße. Das hat nicht geholfen. Ey, du. Wow! Fahr, 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 fahr! Los! Das andere Auto muss halt direkt hintereinander. Das andere Auto... Oh! Da waren zwei Kicks. Das andere Auto, Polizei. Ah, nur eins geschafft. Aber das sind 2019. 19 habe ich. 19 habe ich. Jawohl! Yes! Kev, ich habe... Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ich habe 21. Oh, wie shit. Also, Vally. 21, ja, ich bin zwei. 27, 28. Was? Und ich bin gerade gestorben, leider. Nein! Auch tot. Aber 28. Ich hatte richtig viele Sterne auch. Das Ding ist, da waren so Sprotteinheiten und keine Bullen mehr. Ja, bei mir auch. Und die haben mich auch getötet. Die doofen, doofen, doofen Männer, ey. Hey, Leute. Schießen. So, gleich mal ein Auto klauen. Und weiter geht das, Gemetzel. Auf den gleich überfahren, schön. Scheiße. Gib mir mal ein Auto. Ey, ey, ey. Scheiße, Alter. Falsche Waffe. So, ein Bullen. Stern. Da ist ein Geldtransporter. Ich glaube, da kommen direkt die Swats, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, man bekommt... Hast du den aufgesprengt eigentlich? Hä? Hast du den aufgesprengt? Ne, ich habe ganz viel anderes gesprengt. So. Autsch. Da ist die Bullerei. Hä? Ich habe immer noch keine Bullen. Oh, die Wiese. What the fuck? Ah. Da bin ich mir nicht gezogen. Leute, ah, jetzt habe ich ein Mieterzeichen, jetzt habe ich einen Stern. Wo seid ihr? Herr Polizei und so. Wo bist denn du, ey? Von Firma her meine ich doch nur. Ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. So, dreht euch um. Dreht euch um. Ich mache euch kaputt. Da sind sie. Hier über noch 21. Aua. Wohne, bist du? Ja, ich mache die Bullen zufrieden. Nein, nein, nein. Die lasse ich nicht zufrieden. Und. Da. Boah. Du hast Haftbomben? Ja. Okay, 29. Das ist meiner. Haha, 24. Ne, der hat nur einen gezählt. Der war nur einer. Ja, ja, ich habe auch nur einen gezählt. Ich war 23. Jetzt 24. Das sind aber hier noch zwei. Das sehe ich. Und. Yes. Weiterfressen. Der macht das echt gut. 26. Ich habe keine Haftbomben mehr. Verdammt. Ich habe 29. Ich habe keine einzige Haftbombe benutzt. Ja, das ist ein Krug. 31. Ja, noch nicht. Ja, 32. Scheiße. Der liegt nur. Der macht nichts. 33. Der ist, äh, 34. Oh, 29. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Da habe ich gleich erzählt. Da ist keiner mehr. Verhakt. Die haben wir alle getötet. 34. Wo ist noch einer? Da hinten. Und, und, und. Wenn ihr explodiert, ist meine. Ja, das ist meine. Da ist er nicht gestorben von. Richtig. 35. 35. Und, und. Oh, bitte stirbt ihr einer von. Hä? Verdammt, ey. Haha, Michael. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Haha, 37. Die haben beide gekillt. Mit der Waffe. Ja, 30. Nein, der hat nicht gezählt. Die haben beide gekillt davon. Echt? Das ist Auto war leer. Das ist Auto war leer. Ich stehe hinter dir. Ja, die standen ja daneben. Ja, die haben beide die Lagen auf dem Boden. Nee, Mensch. Äh, oh Mann, Alter, die Keras zählt nicht, wenn sie runterfallen. Aber alle leben sie mal noch. Du fährst in meine Schusslinie. Ja, es ist okay. Ich bin auch tot. Verdammt, Alter, ich habe 31 oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. 37, 38, irgendwie sowas. 38 Sekunden. Wie viel hast du? 31. Boah, jetzt mein Auto wieder. Ey, bleib stehen. Nein, Scheiß, Alter, ich muss mir ein Auto holen von so einer Scheiß-Polizei, ey. Ich bin drin. Nein. Was? Ich bin... Nein. Die wird aufgestorben. Ich habe mich getötet. Verdammt, Alter. Nach 20 Sekunden. Oh, wie geil ist das denn? Okay, ich check, dass du da auch warst. Beide nehmen das gleiche Auto und haben gleich ein Swat-Team. Mann, ich bin mir zu doof, wie ein Auto zu klauen, so. Und es gibt nicht mal einen Stern. Scheiß, Alter. Raus mit dir. Sechs Sekunden. Kev, du bist scheiße, auch wenn du diese Challenge gewonnen hast. Nein, ich hab einen Snack gekriegt. Nein, nein, nein. Schön kaputt macht mir den Kev. Nix da. Nix da. Oh. Out. Und die Challenge ist vorbei, Kev. Endlich mal wieder eine Challenge gewonnen. Muss man auch sagen. Muss man sagen, da warst du deutsch besser in deinem Element. Ich muss erst mal an meinem Abendessen hier weiter auch das Trinken genießen. Aber ich glaube, du warst schlauer in der Hinsicht. Ich hab ja relativ stumpf nur gemetzelt, weil gemetzeln, das kann ich halt. Aber du warst halt schlau. Hätte ich genauso gemetzelt, wie ich gemetzelt hätte. LOL. Dann hätte ich mit Tachbomben, dann wäre ich, glaube ich, noch besser gewesen. Wahrscheinlich. Effizient. Oh Mann. Wir brauchen zwei Karte Challenges. Das war auf jeden Fall mal wieder eine abwechslungsreichende, also ganz witzige Challenge. Abwechslungsreich weiß ich eigentlich gar nicht so sehr ein bisschen, aber es war auf jeden Fall witzig. Das fand ich mal eine schöne Challenge. Und man konnte auch viele Menschen töten. Ich mag Menschen zu töten. GTA ist ein sehr realistisches Spiel. Und immer was den GTA mag ich auch in Wirklichkeit. Und jetzt muss ich mir erst eine neue Haftbaum kaufen. Weil jetzt hab ich Geld. Weil die ganzen Spiellisten, die wir gemacht haben, hab ich richtig viel Geld. Jetzt hab ich vor der Folge richtig viel gekauft. Jetzt hab ich wieder gar kein Geld. Also 17.000. Aber, ich würde was sagen, ich weiß ja nicht. Diese Folge hier mal kurz und knackig, so wie es ist, ist es stimmig auf jeden Fall. Leute, schreibt uns weitere Challenges in die Kommentare. Gerade solche Challenges, die simpel sind, aber auf Zeit gehen und einfach Spaß bringen. Gerne wieder. Ansonsten wisst ihr ja Bescheid. Wir wechseln uns ab mit Challenges und Spiellisten. Sind ja auch sozusagen große Challenges. Das heißt, nächste Folge, die in zwei Tagen kommt, kommt dann wieder eine Spieleliste. Danach dann wieder eine Challenge. Die Folge kommt auf unseren beiden Kanälen. Kev ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat, das ist uns nun mal super sehr wichtig, super wichtig, dass ihr uns das auch in die Kommentare schreibt. Oder einfach einen Daumen nach oben lassen, wenn ihr keine Buchstaben, kein großer Freund von Buchstaben und Wörtern seid und so weiter. Damit wir auch einfach wissen, was euch gefällt und was euch nicht so gefällt. Das war's jetzt. Und vielen Dank für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.